Ich bin Navi. Ne, warte mal, ich muss das bedeutungsschwankere ausdrücken. Ich bin Navi. Ich bin Navi. Ich bin Navi. Egal. Willkommen zurück zu Pandora, äh, zu Avatar, äh, Frontiers of Pandora. Wir sind in der letzten Folge aus dem Menschenbunker ausgebrochen und sollen jetzt hier dem, dem Fluss folgen. Hallo, ihr kleinen Viechers. Ähm, und das machen wir auch. Das sieht so cool aus. Das hat schon was. Ich frage mich, ob das alles begehbar ist. Wir können ja mal ein bisschen... Cool. Jetzt darf ich nur den Fluss nicht aus den Augen verlieren. Und ich frage mich, ob alles, was ich so sehe, auch erreichbar ist. Ach, die kenne ich aus dem Film, die Blümchen. Kommt mal wieder raus. Uhu. Ach komm, da kannst du sagen, was du willst. Das haben sie schon ganz nett gemacht. Ih, was ist das? Offenbar etwas, was, äh, mich benommen macht oder so. Heißer Shit. Gut. Äh, warte mal. Wir sollen dem Fluss folgen. Ich folge dem Fluss. More RDA. What happened? Okay. Ähm, Folge der Fährte der RDA-Trümmer. Suche nach RDA-Betankungsanlage. Nordöstlich des Farbekessels. Habe ich eine Karte? Ich habe eine Karte. Ah, okay, warte mal. Wir haben hier durchaus irgendwas... Herrschaftszeiten. Okay. Ist das alles hier... Sind das Wolken oder... Eberkreis? Ich glaube, das ist die richtige Richtung. Wir sollen den Trümmern folgen, haben sie gesagt. Okay. Kann ich tauchen? Sieht nicht so aus. Muss noch mal kurz gucken. Bin ich in der... Ja, ich gucke zumindest in die richtige Richtung. Oh, und tauchen geht auch. Komm, das ist ganz cool. Sie stöhnen noch nicht mehr. Ich glaube, ich sollte mal wieder an Land gehen. Wenn ich bloß wüsste, wo ich hin muss. Warte mal, nochmal auf die Karte gucken. Ja, das sieht aber auf jeden Fall schon richtig aus. Äh, ich glaube, ich sollte aber mal an Land gehen. Ich bin kein Fisch. So. Auch die Soundkulisse ist cool. Ihr habt das vielleicht nicht so richtig gehört, aber während ich aus dem Wasser bin, das hat dann richtig erstmal so... Da habe ich erstmal richtig vor mich hingetropft. Wie soll ich denn da rüberkommen? Da hinten ist irgendwas zum Raufklettern vielleicht, eventuell. Vielleicht auch da. Was ist denn das für ein Vieh? Komm ich hier rauf? Ach, guck mal. Ich bin ein kleiner Kletter, Maxe. Ja. Was habt ihr denn für... Ich glaube, die haben ein paar Diskrepanzen da unten. Moment, warte mal. Wo soll ich hin? Irgendwie da rauf. Kann das sein? Warte mal. Gehen wir mal hier über den Ast. Und dann geht es aber auch nicht weiter, oder? Oder kann ich klettern? Ich bin mir nicht sicher, ob ich klettern kann. Au. Nein, 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 nein. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Alles gut. Was zum... Geil. Das waren diese Dinger hier. Ich muss hier irgendwo rauf. Es ist unglaublich, wenn man sich hier verlaufen kann. Wo muss ich hin? Warte mal, da ist ja irgendeine Wegmarkierung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Lass noch mal gucken. Das sieht irgendwie jedenfalls gut aus. Habe ich es gefunden? Ich habe es gefunden. Dass ich das noch erleben darf. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ich dachte, das wäre was zum Plündern, aber es ist offenbar nichts. Was soll ich hier machen? Wo denn? Ähm, Moment, ähm... Er lehnt an einem Baum. Ohne witzig sehen, ich... Ohne hier. Von der Baum. Von der Baum. Ach da. Okay. Genau, gib mir den Bogen, damit kann ich eh mehr anfangen als du. Okay, benutze Navisene X. Okay, Navisene, nutze deine Navisene und untersuche jegliche hervorgehobene Pflanze, Tiere und andere Objekte, die durchdrücken von mittlerer Maustaste und mehr Informationen. Okay, keine Ahnung, was kann man denn hier untersuchen? Ich untersuche, ja. Das da zum Beispiel, oder? Nö, geht auch nicht. Was hat er gesagt? Ich soll... Da unten ist was, warte mal. Das hier, oder? Meint er das? Ja! Okay, ich habe alles, was du brauchst, um die Aros zu kraften, wie ich mache. Schmerz genug, um das menschliche Metall zu pierzen. Mhm, okay. Gleich, ich gucke mich mal nur ein bisschen hier um. Da ist zum Beispiel was. Ich habe quasi Spinnensinne. Was piept denn da? Ich kann das nicht angrapschen. Okay, ich soll erstmal Pfeile erstellen. Ähm, Langbogen. Zehn herstellen. Kann ich nicht. Was ist das? Was ist der Unterschied zwischen den beiden Pfeilen hier? Okay, erstmal das hier. Du bist bereit. Wir müssen hier raus raus. Kannst du gehen? Doppelfit. Ich brauche einen Pfeil. Von einer Doppelfit-Pflanze. Ich finde einen. Nichts Worte. Nähe dem Wasser. Sie grünen bei Wasser. Okay, sie brauchen eine bestimmte Heilpflanze, um die Karte zu öffnen, um herauszufinden, wo sich Daphopäden befinden. Alles klar. So, warte mal. So, wir müssen mal ganz kurz gucken hier. Was ist das zum Beispiel? Nix. Das ist auch noch was. Ah, das ist für so einen Blindhuhn wie mich gar nicht mal schlecht hier. So ein Spider-Sinne. Allerdings, das Ding kriegen wir nicht mehr nochmal untersuchen. Gesicherter Container, mit dem sich Feuerwaffen ohne ADA-Zugang, kann er nur geöffnet werden, indem man, was, indem man was? In das Sicherheitssystem hackt. Seit wann bin ich denn Hacker? Okay, lassen wir erstmal. Wir gucken nach, wo wir die Pflanzen kriegen. Wo kriegen wir denn die Pflanzen? Um Wegpunktmarkierung auf der Karte zu werden. Diese Markierung erscheint auf dem Kompass, sodass er leichter ist. Aha, okay. Also, er hat ja gesagt, hier. Wegpunkt festlegen. So. Ah, und jetzt ist der auf dem Kompass. Alles klar. Gut, dann. Gehen wir mal gucken. Was ist das, der? Wir wissen es nicht. Ich soll Pflanzen organisieren. Ich organisiere jetzt Pflanzen. Kann man das hier nicht untersuchen? Doch, kann man. Ähm, Dunstblüte. Spuren, der steigen für kurze Zeit. Okay. Brauchen wir aber nicht. Es wachsen für gewöhnlich in Wassernähe. Es gibt einen See in der Nähe. Ja, ja, okay. So, den See haben wir gefunden. Wo sollen jetzt diese Pflanzen sein? Haben sie schon cool gemacht. Das sind ja wohl nicht diese Pflanzen, oder? Ja, das ist hier ein... Es ist unkaputzbar. Vor allem ist es sehr... Kann ich da jetzt was sammeln? Warte mal. Was habe ich gesammelt? Sauberes was? Ähm, Zahnausrüstung ist besser. Hängen sie mit festes Fleisch. Okay, cool. Dann muss ich dieser Spur folgen. Oder was wollt ihr von mir? Warte mal da. Warte mal, was ist das da? Hier, diese... Nee. Na, untersuch doch mal. Kann er nicht. Sind sie das? Äh, was soll ich denn machen? Äh, sammeln auf Bandoa fordert sorgfältiges Vorgehen, um die Pflanze nicht zu beschädigen. Um Pflanzen zu sammeln, drücke leicht und drehe... Was? Habe ich die jetzt gesammelt? Tadellos. Alles klar. Man kann die Pflanze nicht einfach so sammeln, sondern man muss sie tadellos sammeln. So, ich brauche aber immer noch diese Baphomet-Pflanze. Aber kann das sein, dass ich diesem Geruch folgen soll? Was ist das da? Nein. Warte mal, da ist noch... Ja, der See war aber hier auf der anderen Seite. Warte, das ist der See hier. Irgendeine Schote. Ich meine, da hinten könnte auch noch was sein. Oder wächst die unter Wasser? Das wäre natürlich auch noch möglich. Schwimmen wir mal hier rüber. Also ich muss sagen, es ist komplexer, als ich gedacht habe. Ich dachte, man rennt einfach nur von A nach B. Aber wenn man die Quest-Marke ausgeschaltet hat, wie ich, dann kann das, glaube ich, recht herausfordernd sein, irgendwas zu finden. Der hat ja gesagt, am See, am See. Warte mal. Ich bin auch am See. Wo sollen diese Schoten sein? Alter, warte, was ist das? Tadellos. Tadellos. Warte Regen. Okay. Aber wir haben... Nee, das sind auch die Falschen. Erstmal durchs Wasser. Wo sind diese Pflanzen? Oh. Ah, okay. Nimm deinen Bogen raus. Nicht mit mir. War das alles? Ich glaube ja. Können wir die plündern? Gott sind die klein. Ich kann die untersuchen. Warte mal, da ist noch einer. Armes Gerlchen. Tja, aber ich brauche immer noch diese Pflanzen, Teufel, nochmal. Warte mal, was ist denn das für ein Ding? Daphomet. Mann. Oh, oh. Ob es ihn erwischt hat? Werden verwendet, um deine Gesundheit wieder herzustellen. Warte mal, was ist mit Y? Warte mal, was er hier sagt. Ähm, okay. Dann erstmal zurück zu ihm. Jetzt sind hier allerdings noch andere Sachen. Dunstblüte, die hatten wir schon. Okay, zurück zu ihm. Das müsste hier sein. Ich komme. Wahrscheinlich ist der verreckt. Vermute ich. Stark. Oder Soldaten haben ihn erwischt. Das kann natürlich auch sein. Ich kürze schon, glaube ich. Oder? Okay. Vorsicht. Ähm, was stand da? So schnell könnt ihr nicht lesen. Irgendwas in den Rücken schießen. Was ist das Ding? Da. Hey. Blöde Kiste. Au. Okay. Blöd. Hätte ich ihm bloß in den Rücken geschossen. War nicht so gut. Wo sind sie? Ich glaube, er hat mich aus den Augen verloren. Wo sind die anderen? Okay, er hat mich aus den Augen verloren. Nein, nein. Wie viele Pfeile habe ich, ne? Nur noch er. Irgendwo ist da noch einer. Ich habe die Stimme gehört. Wo ist der Typ? Der guckt genau in meine Richtung. Ist natürlich extrem blöd. Irgendwo muss hier noch einer. Irgendwo ist hier noch einer. Guck, guck. Das war nicht so schlau. So. Jetzt nur noch er hier. Vorsicht. Okay, wenn man ihn richtig erwischt, dann ist er auch aus. Ich glaube, ich habe den Baum getroffen. Ich würde mich gerne mal heilen. Nein, nein, nein. Ist gut. Tja, ich würde sagen, ich habe ihn. So, lass mal gucken. Aber ich habe noch nicht gelernt, wie man sich heilt. Standard MPW bietet Piloten mehr Geschwindigkeit, Feuerkraft und Panzerung. So, warte mal. Heilen. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Irgendwas habe ich zu mir genommen. Ach, guck mal, ich habe hier tatsächlich noch ansehen. Kann man das nicht? Ich wollte es gerade ablegen, aber geht nicht. Beutel. Warte mal, was habe ich im Beutel drinne? Ah, okay. Schleichen. Oberkörper. Herstellungsmaterial. Sozialgesundheit. Was ist das? Waffenherstellungsmaterial. Kochen mit dieser Zutat um eine... Äh, hä? Jagdbuch. Was ist denn ein Jagdbuch? Ach, du ahnst es nicht. Da kannst du dich ja dusselig gucken hier. So, gehen wir erstmal ihn heilen hier. Wo ist er denn? Warte mal. Keine Ahnung, wo er sich rumtummelt. Warte mal, hier. Da hinten. Mensch, mach die Augen auf. Kann man das öffnen? Ja. Ist Ruhe, tut dann, um wenig Energie aufzufüllen. Warte mal. Ja, wie machen wir denn das? Gut vorbereitet. Erstmal zu ihm. Lecker. Und schon ist er wieder gesund. Und schon ist er wieder gesund. Und schon ist er wieder gesund. Alles klar, wir treffen uns beim Wasserfall, liebe Zocker und YouTuber. Und zwar, wenn dann überhaupt, erst in der nächsten Folge. Bis dann denn, euer Mr. Fleck. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.